die welt der neuerscheinungen und ich bin dafür da diese zu testen viel spaß mit dem video und lasst doch gerne ein abo da einen wunderschönen meine sehnlosen fleischstückchen es ist wieder soweit sun of a gun neuerscheinung die würfel haben entschieden let's do this ich habe ultra bock wähle einen helden ich nehmt privat privat ihr macht doch noch schneller bro du hast einen neuen auftrag von einem wichtigen kunden erhalten aber ich bin im urlaub dein urlaub wurde wieder rufen und muss sich in vier stunden auf grösschen melden ich habe keine zeit der nächste teleporter ist acht stunden von meinem standort entfernt wir haben sphäre hashtag 63 jetzt bei instagram neu aber ist mit dem dschungel mit den wilden dschungel kreaturen das management wiederhole deinen letzten satz ja wo ist ja ich bin auf dem weg oh ja erreiche das zielgebiet das ist ganz schön leise ah ja ok all right krass man ich mache euch alle alle das ist ja wieder geisteskrank ey ich hab voll das gefühlt das ist voll das gefühlt ah geh weg geh weg ich treff nicht also ich habe jetzt jemanden aufgenommen was den schaden erhöht demnächst das eben sehr eigenartig es schwenkt so nach geheimes gebiet so jetzt geht's los schon wieder steht hört die fresse oh ja so die dschungel kreaturen haben keine chance nimm ich dir als secondary mit zack oh ja oh ja fühl ich boah krass man alter war das geisteskrank was eine mission ey ab in die nächste ab in die nächste ja buku c erreiche das zielgebiet ok wow that's amazing oh wir haben handgranaten jetzt haben wir handgranaten g g g 4 was zum 5 hallo ich würde gerne die granaten werfen egal wir machen sie alle platt ey jünger ist das geisteskrank wieder 10 von 10 dieses spiel unglaublich also ist auch super gut programmiert ja wir haben auch ganz viel schuss noch das ist sehr gut guck mal der hätte ja auch nicht viel mehr aus ne ist nur ein bisschen größer das heißt größte heißt nicht immer alles ne alter auch nicht ich bin ja 27 jünger jetzt geht es aber ab hier ey boah die steuerung ist so unglaublich wild ne oh nein werden wir geschlagen werden wir nicht ne usi nehm mal mit aber das ist eine g 36 würde ich sagen ne geil 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 oh ja oh ha oh ha oh ha oh ha jürger jugö der hat ja mehr ausgehalten sind ich die bleiben auch einfach dienk wenn ihr um die ecke geht Achso, man muss die Waffe dafür auswählen, okay. Yeah, Mission fertig. Ach, guck mal, jetzt kann ich mich hier aufleveln. Ja, ich fühl mich gut mit Jade. Was ist das? Eine Rapid, die macht Schaden 29, Feuerrate 11. Die ist schlechter als alles andere. Ja. Okay. Jetzt sehen wir die und dafür die Uni. So. Oh, die schießen zurück. Jetzt wird es ernst. Ich weiß auch nicht, wie man Granaten wirft. Aber wir one-tapen die so ein bisschen. Wisst ihr, so tap, 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 tap. Aua, scheiße. Tap, 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 tap. Bam, 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 bam. Boah, diese Steuerung legt so Arsch. Welch geiles Spiel, welch geiles Spiel. Ich habe nur 28 Leben. Ich werde wahrscheinlich drauf gehen. Nee, ich kann nicht dodgen. Was mache ich? Was ist das? Okay. Ihr seid schon ein bisschen eklig, ihr Viecher. Wollte ich nur mal sagen. Aua. Wir brauchen eine Heilung. Medic. Okay, da müssen wir ein bisschen konzentrierter und abgefuckter spielen. Kolibri 2. Macht 69 Schaden. Weg mit dir. Explosiv. Ich kann nicht... Oh, ist ein One-Tap. Hä? Ich aim doch ganz woanders hin. Was soll denn der Scheiß? Wie ist meine Maus jetzt im Bild? War die schon immer im Bild? Das ist so eine One-Tap-Waffe. Ja gut, die macht viel Schaden, aber... Man weiß es ja nie. Man weiß es ja nie. Aua. Perfekt. Ich sehe dich nicht mal. 10 AP. Jetzt wird es ernst. So, zwei Schüsse. Easy. Wohin schießt du? Ich würde gerne die Nate werfen. Aber wie gesagt... Das geht nicht. Oh ja. Oh. Den hätte ich fast übersehen. Gibt es hier noch irgendwas, was ich aufsammeln kann? Ich habe davon unendlich Munition. Also machen wir davon. Das war richtig dumm, damit ich jetzt so schieße eigentlich, ne? Rein in den Speck. Level 4. Hier wird es gar nicht unschuldig. Alpha, Delta, Gamma. Feuerrate 1.60 ist noch langsamer. Aber wir nehmen statt das. Boah, dieser Sound, Junge. Jetzt mit dem Höheneffekt. Ich bin begeistert. Ist schon wieder eine 10 von 10, dieses Spiel. Junge, Junge, Junge. Geil. Passt auf, er ist explodiert. Passt. Alter, ist das übel, Mann. Das kann doch wohl nicht sein. Ich schwirr gern aus der Höhle. Haus und dann bau ich ein Schwein. Ich kann nicht mal Höhle aussprechen. So, mein Freund. Die Geschichte hat geschlagen. Oh ja. Die Geschichte hat geschlagen. Heute ist gut. Heute ist gut. Mensch, ist das interessant. Kaufempfehlung geht nicht raus, weil ich hasse dieses Spiel so sehr. Ich würde gerne mehr erkunden, aber brauche ich nicht. Denn ich bleib ein. Arschgesicht. So, Granaten bringt mir eigentlich nichts. So, nicht können wir jetzt hier so ein bisschen. Ihr kleinen Scheißer. Da seid ihr wohl zum Früh aufgestanden. So. Aua. Oh nein. Welch ein wunderbares Spiel. Ich möchte nicht mehr spielen. Ich hasse dieses Spiel. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst doch gerne einen Kommentar und ein Abo da. Ich möchte nie wieder sowas spielen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Euer Herr Seenlos. Ich hasse es. Ich habe einen área sneakst. Ich habe dich nicht. Ich hab eine solchehлемiche.